ARD Text im Auftrag von Funk Irgendwas kaputtes ist hier Es tut auch weh Pack mal mit an hier, halt mal fest, deine Tüte liegt ihm aus Hast du was drauf? Ja, noch her Ja, das ist bestimmt alles Schrott jetzt, oder? Nö, ich soll nur aufräumen Okay, ich war auch weg, jetzt Guck mal, das ist heiß Oh Oh nein Komm, das ist einer heiß, der Lenker ist auch gebogen Nee, wo? Ich bin so dumm Oh scheiße, ich hasse mein Ding, ey Ich hab halt nicht immer Glück Warum hab ich denn die Bremse nicht erwischt? Ich hab mich vom Gasthal weg, ey, das ist ein Gasthal Das ist ein Gasthal Oh mein, ich hab's nicht so Oh mein, ich hab alles gebrochen, glaube ich Meinst du? Ja, das ist dick Oh, du sagst du? Ja, ich hab Platten Oh, ich hatte es, ey Oh, ich hatte es, ey Hast mir ja fast mal mitgenommen, ne? Ja, ich hab's nicht Was? Oh, ich hab's nicht Dumm, ey Mann Achja Klappen, Lampe geht noch, heil, das kriegt man hin. Klappen kann sein, weil du gegen die Wand gefahren bist. Wenn die Reifen sich abgedrückt werden. Das sieht doch gerade aus. Das habe ich auch nicht gesehen. Oh, der hier. Sonst, ist alles heim? Das ist gleiche Reaktion mit links, ne? Hä? Ich dachte, ich bin mit der... Ist doch mit links gegengefallen, ne? Hä? Wahrscheinlich irgendwo draufgeknallt hier. Ich bin mit dem Bein irgendwo gegengeknallt, oder? Weiß ich nicht. Ich bin mit gegen den Pfeil, ja. Gegen das Ding, was an der Wand liegt, bin ich voll gegengepullert. Wo waren da eigentlich dran? Hä? Wo waren da eigentlich dran? Ich glaube, die... Die Aluminium-Dingste. Oh, scheiße, ey. Neue Reifen, neue Pfeil...